Das ist einfach nicht mehr normal. Das ist schon hyper-normal. Also gar nicht normal. Ich hab gar nix. Ich geh einfach runter. Das auch niemand. Das wird normal. Ich lebe es raus. Ich habe es vernehmen. Das ist echt nicht schrecklich. Deine Fall des Schrausses. Sie sind noch nicht, das zu können. Das ist Ihr Handy. Sie sind noch nicht in der Zeit. die 8 8 4 4 Das ist wirklich ein richtiger Freund. Der Typ ist so ein Irr. Boah, Falon? Schnell. Bruder, der Typ ist einfach nur ein Irren, Mann. Ey, Bruder, ich liebe dich. Aber du kannst mich halt dich one-hitten. Also interessiert es mich nicht, ob du mich hättest. Weil du kannst mich nicht one-hitten. Er ist so ein Irren, Mann. Wie, das sieht man. Er erlässt mich sogar. Er lässt mich richtig. Ich sehe es, wenn du aimst. Das weiß ich. Ich sehe es, wenn du aimst. Ja, das hat auch Spaß gemacht. Das habe ich gesehen. Das hat auch Spaß gemacht. Das hat auch Spaß gemacht. Hier. Der Typ ist einfach nur ein Irren, Mann. Den muss man lassen. Den muss man lassen. Ah! Ich wollte es nicht tun. Entschuldige. Kannst du mich auch einmal schlagen? Warte. Schlag mich auch einmal. Ah! Er hat sich den Biggie vorgenommen. Das war nicht mit Absicht, Bro. Entschuldige. So, weiter geht's. Ich sehe, wenn du aimst. Ich sehe es. Ah! Er hat einen Ballon. Danke. Ein Ballon reicht genau. Danke. Bro, du bist einfach nur ein Bro. Ab in die Zone mit dir, Bro. Digger. Ich wollte eigentlich da auch ein Waffen holen. Aber jemand war da schon. Und der hat mir den Weg versperrt. Och man, bei mir backt es ein bisschen. Das ist ganz normal. Ich komme einfach ganz normal. Weil es nervt ein bisschen. Weil bei mir backt es gerade mit dem Ballon. Ich gehe ganz normal. Es ist einfach nur ein Ehren, Mann. Der mit mir gerade tült. Der Typ versteht's. Er versteht's. Er versteht's. Das ist einfach. Er versteht's. Richtig. Er versteht's. Er versteht's. Das ist. Das ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat meine Ehre gesaved, er hat seinen Ballon auffern lassen Er hat seinen Ballon auffern lassen, um mich zu helfen Ey, du bist so ein Ehrenmann, du bist so ein Ehrenmann Munition, Munition, Munition Wir müssen los Wir müssen los Wir müssen los Das war's Das war's Was ist so ein Ehrenmann, du bist so ein Ehrenmann Das war's Isst Das war's Was ist mit ihm zu spielen es macht einfach nur spaß das ist einfach nur ein todes er ist egal der spielteam ist so ein teampartner ich liebe es aber die typen die vor uns waren haben auch gezielt also ich sowohl das wäre was sie gemacht entschuldige entschuldige ich hab's komplett verwechselt er ist einfach nur ein ehrenmann so wie es mir auch genau gefällt ein ehrenmann so wie es mir gefällt jeden gefällt also dieser runde werde ich sehr wahrscheinlich oft weil der typ er hat sich bis jetzt noch nicht einmal ich habe einmal aus der seite auch aus der seite geschlagen aus der seite auch aus der seite einmal gestoßen aber beim achts war ja das ist ja nur 20 schaden er hatte er hat sich halt die minis und der pfg vorgenommen er hat wirklich viel leben noch jetzt war es ist dass er er hat er hat jetzt weiß ich es wieder aber der typ ist wirklich lehrmann ich spiele kannst du mal er hat sich lassen weil er mich auch lässt und er lässt mich immer noch es ist einfach nur ein geiler spieler er versteht dass man manchmal auch ford mit herzen spielen sollte dass man leute in ruhe ist okay wir hatten beide keine waffen er hätte ohne mich nicht überleben können weil wir er hatte alleine ja nicht läuft wie sehr wirklich nicht läuft so habe ich ihn wirklich gut aber guck mal dieses auto eben was die ganze zeit offen im ziel team ist nervt jetzt sind auto eben nach oben auto eben nach oben da sind gegner auto eben nach oben ich will ich habe lange nicht mehr so welche liebhafte spieler gesehen ehrenmann er tanzt geil er freut sich auch die haben jetzt beide zu das leben das ist geil natürlich wo sind die denn mein freund wo sind die denn wo ist echt ein geiler freund egal dass das wenn ich mal ich würde auf den irgendwann mal ja das werde ich aufstellen meinte ich entschuldige das habe ich ausgesehen falsch gesagt ich würde das ausstellen egal ob es ein Wind ist oder nicht und sehr wahrscheinlich wird es einer das ist echt schon eine Ehre man er guckt dicht auf mich von treffer davon ist aber Loot hat den hat doch ungebracht geil der Mann was doch die Tümer hab ich gar nicht gesehen Oha, Ehrenmann Du bist echt ein Ehrenmann Snap-o-Money, wich dir? Hier ging es wohl noch schwere Patronen Das haben wir genauso gleich hier, Digga Puh, wir sind einfach nur ein nices Team Ich kann nichts sehen, weil die ganze Zeit Zuschauer kommen Ich kann die Karte nicht richtig sehen Aber er kann sie, deswegen kann er mir nicht damit helfen Einen 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 ich gehe ich ich habe keinen aimboot Ehrentyp! Ehrentyp! Ehre! Ehre hast du für mich gegeben! Ehrenmann! Aber ganz am Ende, damit ich holen hole, ich werde ihn leider umringen, okay? Ganz am Ende. Aber wir schaffen es! Auf jeden Fall! Das kann man als Wind aufstellen, oder? Ich stell dich aus! Ich stell dich aus! Wenn er wüsste, dass es meinen Kanal gibt! Das wäre wirklich cool! Hier ein bisschen Munition! Was? Was? Was meinst du? Zeig mal nochmal! Ist das Munition? Oder was? Ah, Metz! Ja, das! Ja! Mann, das sieht man nicht! Fast engel! Egal, der Typ, du hast mich fast getroffen! Aber auch egal! Der Hauptsache hat mich nicht getroffen! Wenn die Spieler, die hier spielen, denken sie, bin ich hier im To-Wolf, denken sie, ist die Spieler, die hier im To-Wolf! Nein! Nein! Alles klar! Was? Oh, wo bist du? Der ist runtergegangen. komm raus, komm raus passen wir, ich hab weniger Leben als du ne? also puh, er muss ein bisschen tanken oh mein gott, ich hab gewissen gehittet das war grad ein großer Fehler ich hab, digga, ich hitte mir mal aus zu sehen stiebe ich, gerade ist ich hol noch mal ich hol den Typ oder ich hol ihn das ist der vorletzte Spieler für uns ist das der vorletzte Spieler den holen wir du hast überlebt du hast auch 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 überlebt ich habe es genau wartet hier müssen wir eigentlich nur einmal anhütteln und fertig das müsste mein kund schafft bis zum Ehrenmann gewesen aber ich muss dir gleich Abschied machen, ich muss dir gleich Abschied machen, also ich muss dir gleich Abschied machen, ich sag dir gleich Joe Bruder, Bruder du warst ein Ehrenmann, aber Joe, well, 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 well für dich, tschüss, well, das war's mit dir, ich hoffe, es hat dir gefallen, lass auf jeden Fall ein Like da und ein Abo da, würde mich sehr freuen, und das war's mit dir, euer Bruder, ciao. Bruder, ich muss dich umbringen, es gibt keine Wahl, Bruder, es gibt keine Wahl, es kann, es kann nur einen Winner geben, okay, tschüss, das war's, Bruder, was sie wohl, hier, Bruder, ich danke dir am Herzen. Ich danke dir am Herzen. Ich danke dir. Ich hab dich zum Wind gedreht. Hab dich was da zum Wind. Danke für diese Aktion. Danke, Bruder.